Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ja hier auf einer 100 Meter Felswand übernachtet und ich muss ganz dringend pinkeln. Fabi, was soll ich machen? Pinkel runter. Nein! Ihr wisst schon, ich bin eine Frau. Warum können wir Frauen das nicht auch? Ja, im Notfall nehme ich einfach Fabians Schuh. Nein!